hallo und herzlich willkommen zurück bei das terra ja die nette dame ich habe hier gerade ein elch erlegt und zerlegt ihr habt gerade noch so mitbekommen die nette dame hat mir gerade gesagt hier dass irgendwie eine orbital versorgungskapsel gibt wieder essen dass eine orbital versorgungskapsel in der nähe gelandet wäre da gehen wir doch mal hin ach hier ist alles voller bären ich brauche mehr moni moins ach die kämpfen auch gegeneinander nicht für die exiles sondern für habe ich nachgeladen ja ich fühle mich hier gerade überhaupt nicht wohl weil wir hier auch schon echt gut in dieser gefahren stufe 2 sind die kämpfen echt gegeneinander weiß das besser kurz kurze kurze salven sind besser aber wir haben viel zu essen freunde also ich finde so die ressourcen und sowas das habe ich ja alles ach der hat den gekillt loot abstauben das spawnt alles schon extrem schnell nach noch ein bisschen dann machen wir auch wieder hat der war glaube ich schon geschädigt von dem kampf mit dem hier es ist gerade und nein das gerade dies wort also die sachen liegen nicht sehr lange hier als immer wieder eine gefahren stufe eins ruhig mich aber auch nicht unbedingt so ich wüsste echt gerne was da oben ist komm einmal kurz gucken nur kurz gucken so oh shit btf oh die sind aber treffsicher kann ich hier irgendwie zerstören schwierig war was hier ist strahlung das ist eindeutig noch nichts für uns alter schwede ich dachte wir können hinter dem ding in sicherheit gehen und können dann aber es liegt ja direkt los das teil war wenn wir von hier drin irgendwas machen hätte ja sein können okay achso ich wollte auch mal gucken ah ich bessere mich ich bessere mich ich bessere mich aber hier mit so einer ladung kann man schon ganz schön viel aus dem handschuh da schütteln also es ist glaube ich alles noch nicht ganz so gebalanced hülse 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 hyänen dropship you can relax now you've moved away from the hyena dropship ah eh das schlimmer ist man ist halt so neugierig ne transport transportschiff startet in 15 nimm den hyänen den zugangsschlüssel zum transportschiff ab hol dir danach ihre vorräte aus dem schiff und entkomme vor dem start what ok das ja also das könnte interessant werden wieder irgendwo ein bär ui 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 und da war doch noch irgendwas mit puzzleteile auf der map hier gibt es so viel aber man kann ja nicht ständig auf die dame hören ich meine quatsch ja pausenlos aber es ist schon echt interessant muss ich ehrlich sagen das ist wieder so ein spiel was mir taugt ach der nachbar ist auch wieder nachgespawnt ich werde doch schon da rumstapfen also den respawn den muss ich irgendwie ein bisschen runtersetzen ich weiß noch nicht genau welche einstellung das ist aber die werden wir schon rausfinden also die frage ist natürlich ob ich das jetzt nach oh munition ob ich das jetzt nach spielstart überhaupt noch kann so interessant wie kommen wir denn wartet mal hier die abgesetzten späer scheinen aber nur da zu sein sonst nirgendwo und was meinten die mit aber die map ist nicht noch größer oder also das ist schon hoffentlich alles 226 ruf ok so ja also konzentration vier elch 27 bär dann müssen wir mal hier fleischspieße vier stück herstellen hätte doch nach vorne noch eine tür machen sollen kann mich das noch ändern ach so der baut die erst noch ok wartet mal wir haben drüben glaube ich hier ne vielleicht erst mal oh Gott nö ich mache einfach also das bausystem ist tatsächlich gar nicht gar nicht schlecht tür ja 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 kommen wir nämlich auch immer schön direkt raus an unseren grill so ähm baustromverteiler ach dafür brauchen wir auch noch stromkabel ok was die liegen dann hier drauf baustromverteiler auf dem fundament oder stockwerk das finde ich aber jetzt irgendwie unschön drücke u um werkbank herzustellen und platziere das objekt auf einem stromverteiler aha aber noch mal stromkabel ok alte dosenbohnen wir sollten vielleicht auch mal da haben wir die werkbank ach die meisten mit strom betriebenen Sachen müssen auf so ein Ding oh 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 wir können ja hier auch terrasse dreidemachen stand da äh machen wir 50 ok ja 5000 ja das ist ok das Bett ist jetzt ach da ja nice dann brauchen wir ja das Ding auch nicht obwohl so eins sollten wir vielleicht immer mal dabei haben so wir haben ein Bett wir haben ein Bett komm hier unter den Baum aber wie gesagt ich packe das erst noch ein bisschen weiter weg weil hier sollen ja nur Wände hin schmiede Reparaturwebärer und sie in deinem Unterschlupf installieren schmiede Reparaturwebärer schmiede Reparaturwebärer ich denke halt wieder immer nur ans Essen ne was ist jetzt eigentlich Z ach das gibt nur so einen kleinen Schub und dann macht das oder Fertigkeitspunkt haben wir auch wieder nice äh wir haben sieben Spieße zum Grillen sehr sehr cool schmiede an der Werkbank her und platziere das Objekt auf einem Stromverteil achso wir brauchen ja gar nicht mehr rumgehen ha 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 äh schmiede so was haben wir denn hier alles Pistole Energiepistole 20 Schaden die machen 15 Schaden ok Energiemunition Blindenlaufgeschoss Hammer Splitterkanade Rauchkanade Holographische Attrappe ein Projektor der ein lebensechtes Hologramm des Anwenders projiziert kann auf dem Boden oder in Gebäuden platziert werden da konnten wir theoretisch da oben so ein Ding hinstellen dann schießt schießt das Turret da auf unsere Attrappe und wir können das Turret erschießen oder so oh hier verbesserte Textilfaserjacke ja nice Klamotten Metalljacke oh hier haben wir auch nur den Fassgrill ne ich suche immer ach hier haben wir den richtigen Grill herstellen Terrasit Verschicker benutze dieses Gerät um Terrasit zu verschicken und Punkte zu halten mit denen du verschiedene Dinge kaufen kannst darunter auch Barcode für die Fluchtrakete gekaufte Gegenstände werden in deinem Briefkasten geschickt kann auf einem Fundament oder Boden installiert werden Reparaturwerkbank äh so der Grill ist fertig was sind schon wieder so viele Stehlampe Gegenstandswiedergewinner wenn du stirbst kannst du dir hier aufgeführenden Gegenstände sofort aus dem Briefkasten erhalten was sind für ein Briefkasten Ringmine Kraftmine Puh hier Schmiede brauche ich noch Widerstand für ok aber das können wir hier drin installieren hahaha dann machen wir hier mal die S-Ecke hin so ah 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 ne kommt wir wird nicht mehr fertig hallo Power auf geht nicht Moment Rezepte ach ich kann den aufheben theoretisch kann man sich den Fassgrill und den Schlafsack mal hier unten hinpacken und das deckt echt nicht so wir brauchen noch einen Widerstand ok Widerstands zwecklos wir lassen die Tür trotzdem erstmal da drin so jetzt können wir hier weiterbraten ok 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 press and hold the redevelopment key and select retrieve to place structures back in your inventory. Okay, so. Das wird jetzt gebraten. Rezepte wollte ich mal gucken. Berndfleisch. Wird zu Berndstick. Elchfleisch. Schuppiger Stielporling. Gebratener Schuppiger. Okay. Nahrung 2, Nahrung 15. So was haben wir jetzt hier. Nahrung 20. Plus 50 Bluten. Nahrung. Temperatur. Nahrung plus 10. Nahrung plus 15. Und die hier geben, die Fleischspieße geben 40 Nahrung. Die wir hier schon andauernd kräftig herstellen. Ja, das ist doch nice. Da müssen wir uns wenigstens nicht immer hier auf die Bohnen versteifen. Lisse der Überlebensmission. Warum ist das nicht hinterlegt? Das haben wir doch auch gemacht. Das haben wir doch alles schon gemacht. Die Gebäudekern haben wir gesetzt. Schmiede, ja. Die brauchen wir jetzt noch. Da müssen wir nochmal den Nachbarn besuchen gehen. Da geht kein Weg dran vorbei. So, da oben. Das Ding hat mich aber ganz schön weggenutzt, ne? Ich dachte halt, man kann das vielleicht mit ein paar Schuss wegschießen. Aber ich treffe ja auch nichts. Ich bin ja alles, aber nicht treffsicher. So, das kann ich aber auch noch benutzen. Wir benutzen mal so ein Teil. Hätten wir noch nicht gebraucht. Ich weiß, aber ich wollte es. Was andere dir zuvorkommen? Achso, ja, das ist halt der Vorteil. Ach, hier oben haben wir auch Markierungen oben im Kompass. Okay, wieder da hinten. Alles klar, ich komme. Ach, meinen Marker sieht man dann so groß? Ach. Oh, du hast aber schon gekämpft, mein Freund. So, es ist schon wieder alles nachgespawnt. Wahnsinn. Oh. Ach, wird abgeworfen. In. Achso. Nein, er hat nicht das, was ich brauche. Braucht doch ein... Was war das? Ein Widerstand. Ist das jetzt hier... Ach. Okay. Vielleicht ein bisschen aus dem Weg geht... Habt ihr das gesehen? Der Bär ist vom Himmel gefallen. Hier droppen die Sachen auch vom Himmel runter. Alles klar. Wie ein Ark. Das sind die Luftflangen. Das hier sind die Luftbeeren. Die Dinger irritieren mich. 1,37. Also Bärenfleisch haben wir wie Sand am Meer, ne? Und das ist ja immer noch interessant hier oben. Wir müssen uns so ein Holo-Ding herstellen. Obwohl man muss ja auch gar nicht darauf... Oder meint ihr, da ist irgendwas, was wir haben müssen? Oh, da ist ja noch eins. Oh, Schreck, Schock. Au. Oh. Oh. Ah. Ei, ei, ei. Okay. Okay, okay. Ähm. Hm. Wo ist denn hier unsere Versorgungskapsel? Tja. Da muss ich mir echt noch irgendwas einfallen lassen, ne? Das macht aber auch einen ganz guten Rums. Oh. Wir hatten hier das Licht angeschaltet. Ich nehme erst mal alles. Thanks. Bye. So, wir nehmen mal wieder Steine mit. Okay, also da kann man auch nicht höher gehen, ohne dass das Ding einen... Ich meine, die machen jetzt nicht unbedingt viel Schaden. Theoretisch könnte man da auch schnell hochrennen. Aber oben werden wahrscheinlich auch wieder welche stehen. Und uns in Empfang nehmen. So, wir müssen erst mal noch Essen kochen, würde ich sagen. Und wir müssen mal gucken, vielleicht können wir auch mit dem Auto irgendwo hinfahren, ne? So, das ist durch. Dann packen wir die noch rein. Und das noch rein. So, die Späße raus. Also Essen haben wir jetzt tatsächlich reichlich. Vielleicht sollte ich noch eine Kiste herstellen für Essen. Okay. Den brauchen wir auch nicht hier unten drin. Was ist das? Was ist das? Teil 2 der verschlüsselten Karte. Eines der Teile der verschlüsselten Militärkarte des Orbis-Regime. Sammeln. Sammeln alle, um eine verschlüsselte Karte herzustellen. Okay. Okay. im Sinne des Wortes. So. Dann packen wir natürlich hier mal noch eine Kiste hin. Wir packen da mal ein bisschen Essen rein. So. Alles klar. Dann muss ich mal das Bärenfleisch wieder aus dem Grill holen. Da können wir nämlich noch ein paar Spieße machen. Hier, gib mir mal das Fleisch her. Boah, guckt mal hier, was wir lecker kochen, ey. Ich bin... Oh. Wir haben zweimal Teil 2. Aber wir brauchen das doch nur einmal, denke ich. So, erstmal noch Fleischspieße hier. Aber wir brauchen noch immer einen Widerstand. Was haben wir hier? Nahrung 10, Nahrung 20. Grittes Bärenfleisch. Die Konsistenz ist zwar nicht besonders, da sind wir niemals Albers. Alles klar. Oh, wir haben die Power nicht ausgemacht. So. Drei kommen aber noch. Krass. Also Essen, was am Anfang meine größte Sorge war, ist jetzt tatsächlich gar keine Sorge mehr, ne? So, das packen wir noch da rein. Muss mal zum Herrn Nachbarn. Tagchen, haben Sie vielleicht... Hi. Tag. Oh. Oh. Hilfe. Haben Sie vielleicht einen Widerstand für mich? Ja. Er hatte einen... Juhu. Hey, Moment. Das Dropship ist weg. Und das fliegt hoch. Ach. Eben war es hier, jetzt ist es hier. Und was ist das? Und das ist gestartet. Abgesetzte Speer. Oh, nee. Ich wollte da keinen. Ach, nee. Jetzt sind sie weg. Aha, aha. Okay. Weil das Ding gestartet ist. Alles klar. Gut. Man muss da ja mal hinterkommen. Ich bin gespannt, wenn wir da mal... ...versuchen zu looten. Also da ist bestimmt... ...cooler Stuff drin, ne? Ach, er hat uns noch gar nicht. Hä? Aua! Ach, der hat uns auch nochmal einen Widerstand gegeben. Hier haben wir nochmal Stoff. Alles klar. Wöhnchen. Hier steht echt viel Stuff rum, ne? Also... Uh. Habe ich das jetzt genommen? Nö. Aber jetzt... Hier haben wir nochmal einen Schrottbehälter. Also hier in den Häusern ist die Performance echt... ...ähm... ...noch etwas... ...ähm... ...ähm... ...so, wir gehen aber mal hoch. Die Häuser hier kenne ich noch gar nicht. Hier haben wir nochmal Metall. Geht noch weiter hoch. Hier ist nichts. Hier ist aber nochmal was. Nein, man kann ja tatsächlich auch das Ding anmachen, aber... ...das würde ich, glaube ich, eher nutzen, wenn... ...wenn ich was Spezifisches suche. Also man hat hier einen sehr starken Bärenüberschuss. Bis jetzt habe ich noch nicht festgestellt, dass man irgendwie Fallschaden kriegt. So. Mein Freiluftbett, das muss ich auch irgendwann mal einbauen. Müssen wir auch bald mal machen. Ist meine Energie schon wieder so weit runter von meinem Arm? Ja. Aber wir stellen jetzt erstmal die Schmiede her. Boah, die braucht... Ich wüsste echt gerne, was da immer vom Himmel fällt. Die Schmiede braucht eine Minute, bis sie hergestellt ist. Das ist schon echt lange. Aber ich finde, wir haben es hier ganz gut getroffen. Ja, die Nachbarn halt, aber mein Gott. Geht schlimmer. Schlimmer geht immer. Komm, dann packen wir das jetzt noch da rein. Oh, wir haben nur noch sechs Terrasid da drin. Wir müssen Terrasid besorgen. Das packen wir auch noch in die Kiste. Nehmen wir nochmal vier. So, lassen wir das mal putzeln. Ah. Okay. Ich packe erstmal das Essen wieder hier rein. Oh, jetzt habe ich das gegessen. Das wollte ich nicht. Das da rein, das da drauf. So. Wir haben noch einen rohen Fleischspieß. Ah, den haben wir nicht. Alles klar, aber hier können wir synchron drin kochen. Können wir das dann beschleunigen? Beschleunigen? Ja. So. So, können wir das Ganze mal beschleunigen? Sehr gut, sehr gut. So, und jetzt. Schauen wir das hier unten rein. Die Schmiede. Die sieht ja geil aus. So. You're going to need advanced metal a lot from now on. So add metal to the forge to refine it. Setting a password you can use the forge to consume power and refine advanced materials. Metal turns into advanced metal. And Terrasite turns into advanced Terrasite. Ach so! Geht das nur, wenn es aus ist? Ja. Ach guck, jetzt ritze ich das auch langsamer. Ja, nice! Wir brauchen Terrasit halt, ne? Puh! Ganz schön viel Stuff machen. Guck mal, wie gut das jetzt da geht. Wie Ratzefatze das Fleisch jetzt hier durch ist. Finde ich gut. So, ich würde aber gerne hier oben eben noch kurz... Hm, was ist das? Ein Fenster, so ein Fensterrahmen. Ja, das ist ein Metall. Okay. Okay. So. Halbe Wand, Drittel Wand. Regelsfundament, Stromverteiler. Aber es gibt echt nur die Flachdächer. Dann noch Pfeiler. Dann noch Pfeiler. Auffahrt. Ja, aber ich dachte irgendwie, es gibt noch ein paar schönere Dächer oder so. Anstatt nur hier... Flachdach. Hm. So. Nein! Oh! Was mache ich denn? Kriegt man eigentlich die Sachen wieder? Plus vier. Ach, guckt. So. Jetzt kann ich nämlich das Bett auch... Ach, das neppt da sogar. Ach, das neppt da sogar. Okay, komm dann. Schick. Und wie sieht das aus mit der... Warte mal, ich hätte hier gerne noch einen Nachttischschrank. Äh... Die Protokolle müssen wir uns auch nochmal näher angucken, ne? Habe ich die jetzt hergestellt? Nein. So. Okidoki. Was soll jetzt hier? Veredeltes Metall erst zwei? Okay. Das baue ich ja sonst ewig. Benötigt Proveredlung 45 Sekunden. Wow. Wir sind schon wieder bei 38 Minuten. Oh Leute, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Null, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Denn... Ihr wisst, was kommt. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Tschau tschau. Bis zum nächsten Mal.